Auf geht´s. In Amazonas. Das wird die Bösche. Da wird der Bösche. Danke für den Lüft-Lunchpad. Kein Problem. Lüft ist eines meiner Lieblingsprinzipien von Aerodynamik. Du sagst, du hast dein Radio, glaube ich, Loungepad. Ja, natürlich. Dann werde ich deine Augen in den Skogen sein. Ach, ich werde mich glücklich, wenn du deine Augen auf den Skogen für einmal. Was ein Flugzeug. Hey, ich habe das gehört. Ah, auf der Suche nach der Inka-Legende. Inka-Art-Fakt-Zugung. König Meiko. König Meiko. Auf ins Abenteuer. Oha, Affe. Die Karte. Oha, Totenschädel. Komustik. Oh, kacke. Dann können wir hier mal den Großen abholen. Hier wird's heftig. Nichts. 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 Die Produktion von Dark Tales. Remastered. Launchpad. Ich habe eine älteren Koffer gefunden. Eine Münze. Pizzeria. Nein, runtergefallen. Extra Leben. Oh, kacke. Piranha Pflanze. Können wir die auch versiegen? Nein, können wir nicht. Musste mal ausprobiert werden. Hübschen Kussmund. Oha. Oh, kacke. Obwohl die knutscht. Oh, ne Münze. Super Power Stern. Mal. Verbinden. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. das hier gar nicht gewöhnt. Oh je. Schlange besiegt. Fies Wien. So, jetzt wird es hier brutal. Weck nur die Affe. Es wird doch die Affe. Der Kuhrund. Fertekönigin. Wie kannst du das sagen, Boss? Keine Ahnung, die gut geholfenen Instinkte eines erfahrenen Trägerhunter. Wenn du so sagst, Herr McD. Wie kommen wir da hoch? Tatsache. Lass deine Kiste übersehen. Ich weiß. Ich komme da nicht hoch. Ich kann es nur fallen lassen. Ach, damn it. Überraschend. Mach es. Das ist noch an die andere Seite. Da hat keine Kisten. Oh je. Wollen wir da alle Münzen eintragen, äh, gehen müssen? Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Wollen wir schon mal drei einfühlen? Wir sind jetzt hier, wir könnten... Tja... Müssen wir jetzt alle Münzen sammeln, oder? Wir sollten mal den Truhen da drüben nachgucken. Ist da wirklich noch was drin? Ah, ich dachte wieder, ich kann drauf springen. Wollen wir das? 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 Dieses Ort ist ein Mist. Wo ist Frau Beekly, wenn du sie brauchst? Verdammt! An die Kiste komme ich nicht ran. Und da ist wahrscheinlich auch noch keine Rubin drin. Dann geht der Terror wieder los. Wollen wir das umsausend. Ich finde das schon mal einer Kiste. Wollen wir das? Das hat ich schon mal wieder los. Wir haben noch nicht lehnten, wir haben noch lange nicht alle. Wie viele haben wir denn gefunden? Vier. Die Hälfte müssen wir noch finden. Ach, sie sind auf der Karte markiert, wo wir sie finden. Hm, hm, hm. Nach unten. Und oben gibt es noch einer. Hält dich fest. Hier sind wir noch mal fünf. Oha. Was sind die extra Führungskonister? Haha, das ist warum ich dich kenne, Boss. Ich habe das Karte, aber was ich gefunden habe, waren Karte. Oh, du würdest die Führungskonister finden, aber das nächste, was du fliehst, ist ein Moral-Aerplan. Okay, okay. Das letzte Mal habe ich dich für Hilfe gefragt. Ist das eine Verwaltung? Nicht in den Schlundfallen. Okay. Bisschen Spinner. Oh je. Oh je. Ein bisschen auf die.. Den Hintern hüpfen, aber so. Ah, da sind noch zwei und der dritte ist da oben. Der Pogos kommt nach oben. Ja, ha ha ha. Du hast noch einen gefunden. Und es beträgt den richtigen Stimme aus einem Schrauch. Das ist Launchpad. Herr McD! Komm in! Herr McD! Ach, Quatsch! Und der Bandaraffen hat er gegen sich aufgebracht. So spinntüten. Na komm! Noch nicht. Warte, ich geh da mal wieder runter. Das nehmt noch einer. Die große Kiste hier. Da war es noch einer. Eine Münze. Und einer noch. Die haben viel Geld. Das ist noch eine Münze. fehlt uns noch ist halt über uns wo können wir da nach oben ist die frage hier wo wahrscheinlich so schwer ist das nicht da haben wir alle ich hoffe das wird kein rätsel vierhunderttausend jetzt zurück zu der münze das ist mir auch von jeder pflanze fressen so wird das aber nichts so wird das nicht Verdammt. Verdammt. Hm, der Tempel. Und so nicht. Wir können uns einfach ranhängen und weiter. Das ist ein bisschen der leichte Weg, aber... Ah, hier geht es sowieso nicht weiter. Ich habe es geschafft. Ich hätte es nicht ohne dich getan können. Jetzt warte und mit ein wenig Glück, diese Scepter wird mir in kein Zeitraum sein. Das ist das, was ich nennen sie Ruby. Wie kann man da hin? So geht es auch. Einmal schon andere Gästen aufgehen können. Oha! Oha! Indiana Jones lässt du es denn. Oh, Inka. Inka leben noch und greifen an. Wir haben das überlebt. Jetzt schauen wir einfach ab. Oh. 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 Das kümme ich noch nicht an. Tja, das war wohl nichts. Oh je. Oh kacke. Falsche Richtung. Oha. Hehehe, einfach drüber spaziert. Hm, da müssen wir noch lange. Das ist noch ein Streckchen. Ein wenig ist noch. Weitere nichts. Weitere nichts. Und ein Tor. Ich versuche da nur hochzukommen. Und da wird wohl nichts. Mit großem Tor könnte was drin sein. Ja, ein Herz. Und das ist noch ein Tor. Und das ist noch ein Tor. Und das ist noch ein Tor. Das ist noch ein Tor. Na. Na. Das war leichter zu finden, als eine Pfanne in einem Parkplatz. Na. Das schrägst noch. Buskampf. Kacke. Was war das? Oh je. Ich muss nur oben drauf kommen oder was? Was war das? Was war das? Oh je. Oh je. Oh kakka. Ah! Auspassen! Oha! Ausblickend gucken. Das kriegen wir schon noch kaputt. Oha! Das sind mal coole Bosskämpfer. Au, au, au! Auch wenn ich nicht bei der Scooterin bin, stell mich schon im lechten Modus ziemlich blöd an. Oh, kacke! Ich sag so oft, du kacke, ich darf auf YouTube nicht mehr fluchen. Oh, kacke! Wir werden trotzdem noch passieren. Besiegt! Was? Hör auf, Herr McT! Dieses Ort ist zu spät. Nein! Ich werde nicht ohne diesen Scepter. Woher kriegen wir das her? Tja. Mist. Was ist der Sinn? Was ist der Sinn? Outsider! Wie sieht es so aus? Es fällt aus dem Tempel. Oh, sie sind für nichts. Hey, Herr McT! Böse mich, Bagpipes! Das Scepter des Incai König! Hm! Es ist dein. Geh es und geh in Frieden. Nach allem, es war nur der alten King's Backscratcher. Lebe abgeschlossen. Das Scepter des Incai Königs. Und geh jetzt. Der Scepter des Incai Königs. Ich sag dir, Jungs, es gibt etwas Besonderes über dieses Träscher. Wirklich, Eka Scrooge? Ja! Es sieht so aus wie ein alten Backscratcher. Und für Sie, Das! Sie können unseres BeUEbeschef Work haben oder andere Dinge inths supervisor. Jetzt seht ihrftest Schwestern, wenn ihr zu viel Spaß habt, um am Ende des Kostens zu finden, an welchen Schrooge zu gehen wir müssen. Bis zum nächsten Mal.